Matthias Flückiger, du gehst vor Rang 8 ins Rennen. Was nimmst du davor? Was ist die Taktik? Am Start sicher nicht zu übertragen. Das ist eine sehr harte Strecke mit vielen Aufstiegen. Und dann eine schnelle Abfahrt mit wenig Zeit zu erholen. Ein hohes Pace wird der Schlüssel sein. Wenn du am Anfang einfach übertragen kannst du nicht durchziehen. Das ist mein Fokus heute. Wie kommen dir die Bedingungen entgegen? Es regnet aber noch nicht. Es ist sicher gar nicht so schlecht. Wenn es etwas rutschig ist, dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Ich denke, das ist ein Vorteil für mich. Die Strecke ist in diesem Sinne nicht super technisch. Wenn es etwas rutschig wird, macht es etwas technischer.